was war da ok lass mich rein muss doch in den regalen noch irgendwie was sein so ein zündholz teil kann nicht sein dass ich so selten sind man bildschirm verschwimmt hiermit bitte ich alexander den baron von bandenburg ein vollaufgangsdienst der vertrags drei jahre gültig alexander ist der baron von brennenburg möge niemand diesen vertrag brechen ok ok scheiße ich hoffe dass es nicht gerade alles verschimpft weil es hier so dunkel ist es kann sein null habe ich das nicht lesen nein ich bin immerhin im licht müssen doch irgendwo so zimtdosen sein tür auf hallo was geht ja ich hab nicht zum licht machen scheiße was hier ich hab nicht zum licht machen scheiße was hier 1839 meine hände tränbeln als ich schreibe ich fühle die need um meine tribulation zu dokumentieren, denn ich schaue, dass meine erinnerung meint, wenn ich fliege. heute ich ein paar jahre und erzielen konnte sich durch die schwarze, echte passage die wir nicht kürzlich verbraten. Unsere Torche verbringten in den schwarzenm Luft, als wir langsam unseren Weg kürzlich verbringten. Die kürzeltes passage verbringte mich. Es sah viel älter als die 4. Jahrhundige Struktur, die wir erwarten hatten. Der rückende Weg. Ich bin verbrannt. jetzt habe ich es mal so gemacht dass ich das so für meinen tempo gelesen hat also schreibt mir wie ich das machen soll dass ich ein bisschen blöd ist weil es halt englische sprache nur ist also für euch blöd da hat es in der büchse gut 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 und halt text auf deutsch aber als relativ monoton also schreibt mir wie ich das machen soll macht die tür auf so wenn ihr euch wenn ihr das auch spielt ich empfehle euch nachts mit kopfhörern also ich hab das jetzt erst ein paar minuten gespielt so schön mysterious mäßig eine zünder büchse habe ich ja die meist noch nicht an und ich habe kein öl in der scheiß latin ich brauche unbedingt öl hahaha hier war ich doch schon oder ich glaube nicht nicht so groß aus wenn ich eigentlich das ist eigentlich welchen stuhl hier gegen werfe passiert auch nix warum nicht junge stühle junger auch mit hier rum ein scheiß scheiß geräusch nein komm mit komm mit sehen wo ist die stuhl hin egal was ist ohne öl 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 ja lampe ich hab doch was ist das hier öl wer ist die flamme ich hatte die ganze zeit öl die möchte doch schon in kommentar geschrieben muss ich auch bald schluss machen das ist so für die nerven junge das könnte ich nicht vorstellen dann habe ich ja schon mal genau gleich sagen ich habe hier denn irgendwas ah ja ja blablabla blablabla ha 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 ... úluuuuuh wenn das schädte ercharger wird Das nächste Zeit wirdiny 넘 dauern bis die st varm Sie sind nur eine Zeit verkocht.antage crochet, mach wasوق wir wollen Es gibt keine Ahnung auf den insgesicht. digamos was über die Kriegsflege Zufels zu Shipwain shake. Diese weckere Strukturen, die Gründe, die Tremdeln und es ist ein Risiko, dass sich alles aufhören kann. Es muss sich aufhören. Hier, hier und da. Lass uns die Servanten arbeiten. 5. Mai 1839. Nachdem die Unforgivung der Stöhne war für was wie eine Eternat, habe ich herausgestellt, dass es keine Hoffnung war. Ich bin verletzt. Ich bin auf den Boden. Ich schaue für die Luft, versuchen zu fokussieren. Das ist das, als ich gesehen habe, eine blöde, blöde, blöde. Mein Körper war schwer zu tragen. Aber ich versuchte mich auf die Lichter. Die Lichter. Okay. Ach so, wir sind jetzt praktisch. Hier sind wir. Was sind wir denn hier? Ja. Ja, was ist denn jetzt hier? Ja. 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 Das kann ich das Buch rausnehmen und kein anderes. Das hat auch was zu bedeuten. Aber der lässt hier... Ich kann es nicht ganz rausnehmen. Verstehe ich nicht. Vielleicht muss ich alle Bücher, die so sind, rausziehen. Ich gucke mal, wie das wackelt. Hä? Nein, ich wollte es dagegen werfen. Hallo. Komm, und... Nee. Macht keinen Sinn, Junge. Hä? Muss ich dir irgendwie alle gleichzeitig rausziehen, oder was? Hä, sind wir hier vielleicht noch welche? Da. Das alles gleichzeitig so doll wackelt vielleicht. Schnell, 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 schnell. Die gehen ja wieder rein, irgendwie. Jetzt. Rätsel gelöst. Dehner-Style. Einsammelnden, Schlüssel. Was wackelt jetzt? Was, was ist? Was ist los? Ja, 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 ist ja gut. Ist gut, ist gut. Ist gut. Puh. Ähm. Ich muss kaputt machen hier, ey. Bam. So. Möchte ich das lesen? Klapp nicht. Was ist da drin? Nichts. Alter, 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 alter. Ich würde... Ah, 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 ah. Ist die Tür auch gerade aufgegangen? Ah, ah, ah. Wie ist es? Ach so. Ah, schnell, schnell. Ah, ah. Licht an. Studium. Ja, auf. Was ist hier drin? Ah. Äh, ja, sehr gut. Ah. Ah, ah, ah. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Alles gut, alles gut. Alles cool. Weg mit dir, Junge. Lass mich, ey. Und hier und hier ist gut, ist gut, ist gut. Alles cool. Vielleicht ist irgendwas in der Kiste drin. schatztruhe ja sehr gut 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 sie rührt sich nicht natürlich und sie sich kann ich da nicht nein ich mit dem schlüssel was machen auf dem schild steht dann auch weinkeller ich habe leichte kopfschmerzen körperlicher zustand ist alles gut muss mein keller stehen historikologik sie steht irgendwie was war da was war da was war das war da was war das war da was war da da war irgendjemand das ist mir zu viel für heute ich breche die aufnahme an dieser stelle ab und ich führe das auf jeden fall weiter vor ort aber morgen also an dieser stelle genug schreibt mir trotzdem in kommentare ob das projekt scheiße finde aber würde wahrscheinlich nicht bis jetzt gucken ich denke mal viele von euch werden es vielleicht jetzt nicht so mögen aber ich denke viele mögen es vielleicht auch man muss sich wie gesagt ein bisschen darauf einlassen auf dieses horrorspiel mäßige und dann ist das alles alles klar ich habe hier der kopf dröhnt und die hände zittern steht hier und das entspricht schon fast der realität darum möchte ich jetzt auch speichern und bänden ja also finanz anschauen haut rein was gut geht dann bald damit weiter ciao